Moin Oldenburg, dein Stadtpodcast. Unterstützt vom Jada-Park, dem Tier- und Freizeitpark. Direkt an der Nordsee mit der neuen Familienachterbahn Ziegelblitz. Moin zusammen, schön, dass ihr da seid. Kann ich gleich mal ein bisschen Dampf ablassen. Ich habe mich heute schon zweimal so richtig geärgert. Kennt ihr das, wenn der Tag schon gleich blöd anfängt? Kennt jeder, glaube ich. Heute Morgen beim ersten Kaffee auf der Terrasse hat mich eine Taube angekackt. Zum Glück nicht auf dem Kopf, sondern nur in Anführungszeichen auf der Schulter, aber hat mich schon maßlos aufgeregt. Dann bin ich reingegangen, hat sich der PC aufgehängt, konnte ich erstmal nicht arbeiten. Naja, danke, dass ich euch davon erzählen darf und meinem Ärger Luft machen darf und ein bisschen meckern darf. Das tut gut, aber noch sympathischer und schöner klingt das natürlich, wenn mehrere Leute zusammen und über dieselben Dinge meckern und das Ganze dann in einen Song verpacken. Das macht der erste plattdeutsche Beschwerdechor, der Meckerkring aus Oldenburg. Hört mal. Müll in den Landstopp, gibt den Biotop, Telefon-Terror, was echt wie Stopp! Und bei denen geht das Meckern mittlerweile weit über persönliche Ärgernisse wie Vogelkacke auf der Schulter hinaus. Wie weit und warum eigentlich auf platt, das hören wir uns gleich an. Und wir drücken dem Oldenburger Kitesurfer Jannis Maus die Daumen. Der 27-Jährige tritt bei den Olympischen Sommerspielen in Paris an, beziehungsweise in der Mittelmeerstadt Marseille. Worauf er sich freut und was er sich da vorgenommen hat, das hat er mir vor seiner Abreise erzählt. Dazu später mehr. Antenne Niedersachsen Reporter Kai von Hefen hat Urlaub und lässt sich hoffentlich an irgendeinem schönen Ort auf dieser Welt die Sonne auf den Bauch scheinen. Und deshalb gibt es den News-Überblick jetzt von mir. Und was gibt es Neues, Sandra? Der Zensus hat ergeben, dass Oldenburg die drittgrößte Stadt in Niedersachsen bleibt. Juhu! Mit fast 173.000 Einwohnern haben wir Osnabrück erstmal abgehängt. Dort leben nämlich 8.000 Menschen weniger als bei uns. Die Stadt möchte noch mehr Menschen zu uns nach Oldenburg holen und winkt mit einem Begrüßungsgeld von 100 Euro für Studierende und Auszubildende, die noch in diesem Jahr zu uns ziehen. Voraussetzung dafür ist, dass sie an einer Oldenburger Hochschule eingeschrieben oder in einem Oldenburger Betrieb angestellt sind. Also erzählt das ruhig weiter, wenn ihr jemanden kennt, der diese Voraussetzung erfüllt. Das Geld kann noch bis Ende des Jahres online bei der Stadt beantragt werden. Und dann habe ich noch gesehen, dass 95.000 Euro für den Oldenburg-Pass bereitgestellt werden. Hintergrund ist, dass möglichst viele Oldenburger in den Genuss von Kultur, Bildung und Sport kommen sollen. Aber viele können sich den Besuch im Museum, im Theater oder in einer Musikschule nicht leisten. Deshalb können einkommensschwache Bürger den Oldenburg-Pass beantragen, entweder online oder im Bürgerbüro Mitte am Pferdemarkt. Er kostet 5 Euro für Erwachsene und 2,50 Euro für Kinder und Jugendliche bis 14 Jahren. Und dann gibt es zum Beispiel Vergünstigungen auf Schwimmkurse oder Gutscheine für Bildung, Kultur und Sport. Und noch ein Tipp für die Abenteuerlustigen unter euch. Es gibt noch freie Termine für das City-Paddeln. Das ist eine Stadtrundfahrt mit dem Kanu. Klingt doch spannend, oder? Immer samstags und sonntags ab 15.30 Uhr könnt ihr euch Oldenburg von der Wasserseite aus ansehen. Noch bis September. Die Tour dauert ungefähr zwei Stunden. Los geht's am Huntezufluss Haren beim Oldenburgischen Staatstheater. Anmelden könnt ihr euch bei der Oldenburg-Info am Lappern oder online. So, und jetzt hören wir uns mal an, wie herrlich meckern klingen kann. Im Gemeindesaal St. Johannes, da probt der erste plattdeutsche Beschwerdechor der Mekkerkring aus Oldenburg. Und da nehme ich euch jetzt mit. Müll in den Landstuhl. Gibt den Biotop. Telefonterror. Versägt die Stopp. Hol nicht die Puhl. Rühr den Hand. Steck Blut nicht den Kopf in Sand. Wir sind im Meckerkring. Die Meckern. Hier wird über alles gemeckert, was ätzend ist. Müll auf den Straßen, Ausländerhass, Telefonterror und vieles mehr. Das sind alles Dinge, die auf die Nerven gehen und über die es sich lohnt, lautstark zu meckern. Geleitet wird der Chor von Schauspielerin, Sängerin und Moderatorin in Sina Lüschen. Und die Idee ist damals im Rahmen des Plattart Festivals entstanden, nach finnischem Vorbild. Denn da gibt es Menschen, die haben sich zusammengeschlossen, ihre Energie gebündelt sozusagen und aus dieser negativen, destruktiven Mecker-Energie etwas Künstlerisches und Produktives, Hoffnungsvolles gebastelt. Und das machen wir jetzt schon seit zehn Jahren. Und mittlerweile zählt der Chor stolze 25 Mitglieder. Und die kommen nicht nur aus Oldenburg, sondern aus dem ganzen Nordwesten. Oldenburg und um zu, wie man auch so schön sagt. Antje Köllmann, Elisabeth Hoppe und Hergen Garrels zum Beispiel sind schon lange dabei. Ich habe da den Blatt in Zeitung lest, so wie ich Neunörden. Ich war noch in Ostfriesland und habe das gelesen und habe gedacht, Plattdeutsch und politisch Stellung zu beziehen, das ist das, was mich interessiert. Und in zehn Sekunden hatte ich mich angemeldet. Und ich bin dann ein Jahr lang anderthalb Stunden hierher nach Oldenburg gefahren, fünf Stunden, sieben Stunden Probe und anderthalb Stunden zurück. Und es hat mir nicht eine Sekunde leidgetan. Wir sind ein so toller Haufen, verstehen uns so gut, es wird diskutiert, keine Frage. Aber irgendwann kommen wir wieder alle zusammen und dann geht denen eine Richtung. Das Schöne an dem Chor, dass es um ganz, ganz viele Themen geht, dass eine ganz breite Range da ist. Und die macht es auch mal wieder spannend, daran zu arbeiten. Und seid ihr euch immer einig, was die Themen angeht und die Texte? Ich glaube, das gehört dazu, dass wir bei einem Mecker-Core auch innerhalb der Gruppen, die sich mit einem Thema beschäftigen, ans Meckern und vor allem ans Diskutieren kommen. Aber ohne Diskussion geht es ja auch nicht. Denn es ist ja nicht das Ziel, immer eine Meinung zu haben, sondern zu schauen, in welche Richtung wollen wir gemeinsam schauen. Und ich glaube, da einigen wir uns immer. Genauso mit dem Platt. Wir reden alle ganz, ganz unterschiedliche Plattdeutsch. Und da mussten wir eine Lösung für finden. Und unsere Lösung heißt Demokratie-Platt. Und wir entscheiden einfach demokratisch, welches Wort wir für welchen Reim besser gebrauchen können. Ja, das Ostfriesische Platte ist ja zum Beispiel ganz anders als das Oldenburgische. Oder ich komme aus dem Kloppenburger Raum. Da spricht man auch wieder ein anderes Platt. Genau. Aber was passiert ist, dass man den Neuen gar nicht mehr ganz genau weiß. Ist das eigentlich mein eigenes Platt werden? Oder ist das ein Ostfriesisches Platten ursprünglich? Und das ist mir aber zu meinem eigenen Platt geworden. Das ist auch so, dass das überhaupt keine Rolle mehr spielen wird. Weil Plattdeutsch kommt vom Harte, ist unsere Mutter sprach. Und das geht viel wieder. Und warum kann man denn auf Plattdeutsch besser meckern als auf Hochdeutsch? Klingt nicht so hart. Also ich bin ja nur ein Platt-Sympathisant. Ich kann das immer nur so ein bisschen, ich muss es verstehen können. Deswegen kommt mir das Demokratie-Platt sehr entgegen. Weil insgesamt kann man es gut verstehen. Aber es wird nicht so hart ausgedrückt. Es gibt also viele Wörter, die das etwas sanfter vielleicht beschreiben. Wir haben einen Kurmitglied, der hat einen schönen Text dazu gemacht. Und der sagt, man fühlt sich da nicht ums Tierpad, wenn man mal beschimpft wird in Platt. Und das ist tatsächlich so, das ist ein bisschen freundlicher. Und du sprichst eigentlich gar kein Platt? Nee, ich bin aber in einem Plattenumfeld, würde ich mal sagen, zu meinem Beruf gekommen. Ich habe gelernt damals in einer plattdeutschen Umgebung mit vielen Platt-Schnackern. Und habe Nachbarn und auch zum Teil Familie, die Platt sprechen. Und hier singe ich natürlich mein auswendig gelerntes Platt im Text auch mal mit. Aber freischnacken, das kann ich nicht. Singt ihr auch mal über Sachen aus dem alltäglichen Leben, die euch irgendwie nerven? Ich habe heute Morgen keinen Parkplatz bekommen oder das Cheatwehr-Booten. Macht ihr das auch oder sind es eher so die Weltthemen? Wir haben so angefangen, würde ich sagen. Aber ich glaube, so mit der Welt und mit den Diskursen in der Welt hat sich auch unser Schwerpunkt verschoben. Aber es gab auch Songs über Hundescheiße auf dem Gehweg und so. Aber inzwischen ist es tatsächlich etwas substanzieller geworden und orientiert sich weniger auf diese persönlichen Ärgernisse, die man genauso schön besingen kann. Aber unser Schwerpunkt ist ein bisschen zu sozial-gesellschaftlich relevanten Themen gewandert. Ja, und deshalb haben in Sina und die Sängerinnen und Sänger des Chors auch ein ganz eigenes Genre erfunden. Nämlich die Plattformens. Wir haben ein abendfüllendes Programm, wo wir uns mit den Menschenrechten und der Würde des Menschen auseinandersetzen. Und das Ganze chorisch und performativ. Das ist also die Plattformens, wo wir uns eine gute Stunde Zeit nehmen, um genau diesen Themenaspekt ganz nach vorne zu holen. Weil wir glauben, dass es jetzt drängt und wir jetzt klar Positionen beziehen müssen und keine Zeit mehr haben, diese Themen zu verschieben. Auch wenn sie wehtun und schmerzen. Aber das, was wir dann daraus als gruppendynamischen Prozess mitnehmen, ist sehr, sehr stärkend. Und das hoffen wir, dass wir das ans Publikum weitergeben können. Also wir haben verschiedene Ideen. Es gibt immer mal einen, der sich, mir interessiert das Thema, was wir jetzt gehört haben von Klamattensongen. Also im Sinne von Kinderarbeit. Wir daraus aber auch demokratisch darüber abstimmen. Was bewegt uns? Das ist so ein gemeinsamer Prozess. Und wir daraus dann im Grunde und priorisieren, was steht im Moment an, worum wir uns jetzt im Moment kümmern. Das andere haben wir in den Achtergrund. Aber in dieser Zeit, die wir jetzt jetzt haben, mit den Fällenbewegungen, die sich auf die Vorne schreiben, haben andere Menschen, Uto-Grenzen, braucht wir auf jeden Fall unsere Kraft und daraus sammeln, um dort gegen Uto-Storen. Da ist eben auch gerade dieses Abstimmen in der Gruppe eben sehr wichtig. Das ist ein ganz heißer Prozess, bis alle damit zufrieden sind vom Ausdruck her. Und man muss natürlich schon aufpassen. Also wir dürfen jetzt nicht offen meckern und zu hart urteilen und auch keinen bloßstellen natürlich. Und den richtigen Ton trifft der Mekkerkring nun schon seit zehn Jahren. Dabei war er ursprünglich, das habe ich ja eingangs schon mal angeschnitten, als Projektchor für das Plattart Festival gegründet worden. Und Chorleiterin in Sina hat den Chor damals übernommen mit dem Gedanken, dass er nur für dieses halbe Jahr bestehen würde. Ich wollte zwar nie einen Chor haben, aber so ein halbes Jahr, ein Projektchor ist okay. Und dann bin ich an diese wunderbaren Menschen geraten. Und das Ganze ist jetzt zehn Jahre her. Also es erklärt sich irgendwie von alleine, dass wir uns so ins Herz geschlossen haben, dass das jetzt nicht mehr aufzulösen ist, erst mal. Also dumm, als bin ich mit dem Bier wählen, bin ich das erste Draupen. Dräpen? Draupen? Ach, wie ist das erste Mal Draupen? So, sage ich das jetzt mal. Und ich, was fand ich, doch ein Bett, habe ich Angst gekriegt, weil ich dachte, wie wir singen, wie wir Theater spielen, wie schön alles quasi im Theater obdrehen und wie dröpft, ob Kienblatt kieken und wie dröpft das nicht irgendwie aflesen, sondern ich mochte mir alles machen und wie war es denn dumm als selben Personen. Und ich hätte mir gedacht, schaffe ich das, schaffe ich das, aber weil mir ein Tate liegt, was tatsächlich dem Maudersprocke wiederzugeben und in die hütige Tito bringen, weil man im plattdütschen Ähmt alles sagen kann, alles, alles, was Licht ist, aber auch, was schwor ist. Und ich kann dir schon sagen, ich hätte mir doch eine Freiheit, als wir nächste Draupen, als wir es das nächste Mal Draupen haben, wirklich all mehrere Personen, was so das wieder zusammen drängen konnten und auch voneinander lernt haben, sowohl das Sprachliche als auch das miteinander wählen. Und mit Zettel auf der Bühne geht gar nicht? Nope. Alles Herz und Hirn, das muss reichen. Reicht auch, hat noch nie nicht geklappt. Das ist so witzig, wenn wir näher in der Tau kommen dait und das haben wir ja am Anfang auch Söms hat, die Unsicherheit, oh Gott, ich kann die Texten ja und muss alle mitsingen und dann kickst sie mir an und so und dann startet sie da und hätten Lötchen Zettel gemocht oder auch Handschreben und in Siena sücht das sofort, dann seht sie echt damit. Und das Merkwürdige ist, das funktioniert, das funktioniert, die Texte kommt ganz grau an, also das ist echt super. Und da muss ich auch nochmal sagen, da hat in Sienan einen erheblichen Anteil, also wenn wir mal schlapp in Erg hangen da und dann springt hier so ein Känguru und zack, dann sind wir auch Venusenergie. Also du bist der Motor in Siena, das sagen die. Ich würde das ja absolut so zurückgeben, aber ich glaube, das ist ja das, worauf es sich alles reduzieren lässt. Guideblood miteinander. Und wenn ihr den ersten plattdeutschen Beschwerdechor der Mekka-Kring mal live und in Action erleben wollt, dann habt ihr Glück, denn der nächste Auftritt findet hier bei uns in Oldenburg statt am 19. Oktober um 19 Uhr im Chor in der Heiligen Geiststraße. Die nächsten zwei Wochen dreht sich in der Sportwelt alles oder zumindest sehr, sehr vieles um die Olympischen Sommerspiele in Paris. Und wir dürfen einem Oldenburger ganz fest die Daumen drücken. Der Kitesurfer Yannis Maus geht für Deutschland an den Start. Nicht in Paris direkt, sondern an der Mittelmeerstadt Marseille, wo die Olympischen Segelwettbewerbe, zu denen das Kiten gehört, ausgetragen werden. Ja, was ist das für ein Gefühl, bei diesem Sportevent dabei sein zu dürfen? Das habe ich den 27-Jährigen vor seiner Abreise nach Marseille gefragt. Es ist natürlich ein unbeschreibliches Gefühl, an den Spielen wirklich jetzt teilnehmen zu dürfen. Dieser Sportwettkampf ist es ja am Ende, in Anführungsstrichen nur, hat für mich so eine große Bedeutung. Und schon seit der Jugend war es immer so ein Wettkampf, zu dem man aufgeblickt hat, wo wirklich nur die absolute Sportelite daran teilnehmen durfte. Und jetzt da selber Teil sein zu dürfen von diesem großen Event, von dieser riesig großen Veranstaltung, ist eine absolute Ehre. Ja, und auf diesen großen Moment hat der Oldenburger so lange hintrainiert. Die Vorbereitungen laufen seit Monaten. Und Yannis ist auch schon seit einigen Wochen in Marseille, um sich direkt vor Ort auf die Gegebenheiten einzustellen. Denn, so hat er mir erzählt, Kitesurfer haben ja immer mit unterschiedlichen Wind- und Wellenverhältnissen zu tun. Und auch Wasserqualität und Salzgehalt im Wasser spielen sogar eine Rolle. Und das hat er in den vergangenen Wochen alles intensiv vor Ort abgecheckt. Und ja, was hat er sich denn jetzt vorgenommen? Dabei sein ist alles oder sollte es doch schon eine Medaille sein? Als Sportler tut man sich natürlich immer sehr, sehr schwierig, ein Ergebnisziel zu formulieren. Da will man eher sagen, okay, ich will natürlich meine Leistung abrufen können. Ich möchte das, was ich weiß, dass ich auf die Platte bringen kann, auch wirklich aufs Wasser bringen und so gut fahren, wie es eben geht. Vielleicht so als Referenz. Bei der WM bin ich jetzt Fünfter geworden. Das war schon für mich ein sausaugutes Ergebnis. Aber ins Finale, das ist das allerallerletzte Rennen, wo auch die Medaillen entschieden werden, ins Finale kommen die besten vier. Und wenn ich das wirklich schaffe, in das Finale zu kommen, also unter die besten vier ins Finale einzuziehen, dann will ich auf jeden Fall eine Medaille. Das wollen wir auch. Der Oldenburger Kitesurfer Janis Maus geht ab dem 4. August bei den Olympischen Spielen an den Start. Die Daumen sind gedrückt und an dieser Stelle gehen Grüße raus von Oldenburg nach Marseille. Ihr erinnert euch vielleicht noch an Katrin Kroppach von der DIKO. Das ist die Demenz-Informations- und Koordinationsstelle Oldenburg. Katrin hatte uns hier im Podcast die Demenz-App Oldenburg vorgestellt. Eine App, die Menschen mit Demenz und deren Angehörigen das Leben leichter machen und ihnen ermöglichen soll, sich besser zu vernetzen. Und Katrin hat mich jetzt vor kurzem nochmal angeschrieben mit der Bitte, auf ihren neuen Podcast Sag mal schnell hinzuweisen. Das mache ich hiermit sehr gerne, liebe Katrin. Der Podcast zeigt den Alltag von Menschen mit Demenz mit all seinen Herausforderungen. Katrin spricht dort mit Claudia. Sie ist Anfang 60 und an Demenz erkrankt und mit deren Ehemann Axel über den Umgang mit der Diagnose, Reaktionen aus dem Umfeld, Hilfsangebote und die allgemeine Bewältigung des Alltags. Also wenn euch das Thema interessiert oder ihr in welcher Form auch immer selbst betroffen seid, dann hört da gerne mal rein. Den Podcast Sag mal schnell findet ihr bei Spotify. Und euch, Katrin, Claudia und Axel, wünsche ich gutes Gelingen und ganz viel Glück. Ihr Lieben, wenn ihr mir schreiben möchtet, zwecks Anregungen, Kritik oder Ideen, dann macht das gerne unter oldenburg.dein-stadtpodcast.de. Ich freue mich auf eure Nachrichten. Bis bald, eure Sandra. Moin Oldenburg, dein Stadtpodcast. Unterstützt vom Jada Park. Jetzt mit der neuen Familienachterbahn Ziegelblitz. Tickets und weitere Infos unter jadapark.de. Tickets und weitere Infos unter jadapark.dein-stadtpodcast.dein-stadtpodcast.dein-stadtpodcast.dein-stadtpodcast.dein-stadtpodcast.dein-stadtpodcast.dein-stadtpodcast.dein-stadtpodcast.dein-stadtpodcast.dein-stadtpodcast.dein-stadtpodcast.dein-stadtpodcast.dein-stadtpodcast.dein-stadtpodcast.dein-stadtpodcast.dein-stadtpodcast.dein-stadtpodcast.dein-stadtpodcast.dein-stadtpodcast.dein-stadtpodcast.dein-stadtpodcast.dein-stadtpodcast.dein-stadtpodcast.dein-stadtpodcast.dein-stadtpodcast.dein-stadtpodcast.dein-stadtpodcast.dein-stadtpodcast.dein-stadtpodcast.dein-stadtpodcast